Mein unangenehmstes Shooting als Model, let's go! Ich kürze die Geschichte runter. Sie ist schon einige Jahre her, war bei einem Job in London. Der Kunde hatte mich gebucht, ohne auf meine Größe zu achten. Die Klamotten waren mir viel zu groß. Dann hat der Kunde sich mit seinem Team vor mich gestellt und angefangen, über mich zu lästern, während wir am Shooten waren. Hat alles bemängelt, dass ich zu jung aussehe, dass die Klamotten nicht sitzen. Und hat versucht, die Schuld auf mich zu schieben, obwohl ich überall ehrlich mit meiner Größe bin. Die Situation war nicht gerade toll.